Tja was machen wir heute? Ich habe hier noch ein bisschen Gemüsebrühe im Kühlschrank und ein paar Wachtel-Eier. Die Gemüsebrühe ist von gestern übrig. Die Kühlschrank und die Bohnen haben wir schon gegessen und die mache ich jetzt warm. In der Zwischenzeit können wir uns was von der Paprika abschneiden. Und schneiden das Grünzeug. Hm, da ist ja die Suppe schon fast fertig. Dann habe ich noch ein bisschen Weißbrot gefunden. Da muss ich ein paar kleine Petrons machen. Da hat schon mal ein bisschen Butter und nicht zu viel. Hier werden gute Röstaromen hergestellt. Es ist fertig. Und wenn diese gekocht, dann drehen wir sie ganz schnell. Nimm ein Sägemesser. Und schwupp. Und das müssen wir ja viermal machen. Schwuppdiwupp. Und zum Schluss das Paprika. Nur noch anrichten. Gemüsebrühe mit pochiertem Wachtel-Ei und Krottungs. Gemüsebrühe mit pochiertem Wachtel-Ei und Krottungs.